Herzlich Willkommen zu DERCHO TV, die Woche. Der kleine Wochenrückblick, wie ich ihn auch gerne nenne. Eine neue Ausgabe bzw. ein neues Format bei DERCHO TV. Dieses Format ersetzt die News. Die News spielen jeden Tag eine Rolle und deswegen würde es sich auch eigentlich lohnen, jeden Tag ein Video zu machen. Nur die News sind jederzeit in Bewegung und deswegen gibt es dann halt freitags jetzt immer einen Wochenrückblick über die letzten vergangenen sieben Tage. Besser gesagt, erstmal nur auf diese Woche. Vier Themen bzw. vier Themen sind es. Das fünfte Thema ist natürlich der kleine Relaunch bei den Videos. Mehr dazu am Ende der vier Meldungen der Woche. Selbstverständlich begrüße ich euch ganz herzlich natürlich auch wieder zur ersten Ausgabe von DERCHO TV die Woche. Die alten News-Videos von DERCHO TV könnt ihr euch selbstverständlich auch noch auf dem YouTube-Channel angucken, aber natürlich auch weiterhin gibt es dann die News. Wie schon gesagt, dann halt nur verpackt als Wochenrückblick, was ja eigentlich auch der eigentliche, sagen wir mal die eigentliche Sache ja ist. Beginnen wollen wir mit dem aktuellsten Thema und zwar nämlich ist das das Zugunglück in Spanien bei Santiago de Compostela, denn dort ist ja am Mittwochabend ein Schnellzug entgleist. Über 200 Verletzte und auf dem aktuellsten Stand, wie ich jetzt bin, 78 Tote. Die Totenanzahl kann steigen wegen den schwer akuten Schwerverletzten bei den über 200, die es gibt. Der Zug war in Richtung der Nordwestküste Spaniens unterwegs und bei einer Kurve ist dieser Schnellzug rausgesprungen. Es ist der schwerste Zugunfall in den letzten 40 Jahren in Spanien und eine Überwachungskamera hat diesen Moment, wo der Zug entgleist ist, auch noch mit aufgezeichnet. Das will ich euch mal kurzfristig mal zeigen. Deswegen jetzt groß auf den Desktop. Schaut es euch an. Hier bei dieser Kurve sollte man eigentlich 80 Stundenkilometer fahren, aber hier war der Zug 110 Kilometer zu schnell. Der Zug hat auch noch die Kamera mitgenommen. Direkt hier bei dieser Kurve, direkt hier sprangen die Waggons raus. Eins flog sogar über auf die Straße. Das letzte Abteil Finnfeuer und es kamen viele Menschen ums Leben, was natürlich auch sehr schlimm ist. Eine sehr schlimme Katastrophe und es wird natürlich weiterhin darüber auch noch berichtet. In Spanien gilt jetzt drei Tage Staatstrauer. Der Ministerpräsident Rajoy, der Premierminister, der auch aus Santiago de Compostela kommt, war gestern vor Ort, hat sich das alles angeguckt. Es herrscht nun eine dreitägige Staatstrauer auch über das Wochenende hinaus. In Santiago de Compostela sollte es eigentlich auch gestern ein großes Fest geben. Es wurde abgesagt wegen dieser schlimmen Katastrophe. Wir werden euch weiter natürlich auch auf derchotv.wordpress.com auf den Laufenden halten, wie es ablaufen wird. Und ihr könnt natürlich auch eure Meinung dazu sagen und natürlich auch denken, warum das überhaupt auch passiert ist. Denn der Lokführer selbst hat zugegeben, er war zu schnell. 80 waren auf dieser Kurve erlaubt. 190 ist er gefahren, also 110 zu schnell. Jetzt könnte man sich denken, warum hat er das überhaupt nicht gemacht oder was hätte man machen können, damit man sowas wieder verhindert. Ausbauen, umbauen ist ja eigentlich dasselbe. Oder halt ganz umbauen die Strecke. Das möchte ich auch gerne von euch wissen. Schreibt es in die Kommentare bei derchotv die Woche. Die nächste frische Meldung, eigentlich eine der frischesten Meldungen, besser gesagt. Vor zwei Wochen habe ich auf derchotv natürlich einen Artikel geschrieben über Praktika. Das war der erste Artikel mit Videoeinbindung. Das war jetzt natürlich eine Werbung. Praktika hat ja immer damit geworben. 20 Prozent auf alles, außer Tiernahrung. Damit ist jetzt vorübergehend Schluss. Der Praktika hat vor zwei Wochen Insolvenz angemeldet beim Hamburger Amtsgericht. Dasselbe musste leider jetzt auch das Tochterunternehmen Max Bar machen. Man hat dort gedacht, es würde vielleicht dann finanziell besser gehen. Nicht, dass man dann auch so denselben Kram macht wie die große Schwester. Nee, Praktika 20 Prozent auf alles. Da diesmal außer Menschennahrung vielleicht, wer weiß. Und man sagte gegenüber dem ZDF, die positive Führungsprognose sei weggefallen, nachdem ein Warenkreditversicherer seine Zusage nicht aufrechterhalten habe. So Max Bar. Und man vermutet natürlich auch, dass das irgendwie jetzt quasi das Praktika sein Tochterunternehmen quasi jetzt mitgezogen hat in die Insolvenz. Dort stehen über 300 Arbeitsplätze in Gefahr. Wie das natürlich weiter ausgehen wird, das werden wir in den nächsten Wochen erfahren. Entweder kommt es zur Schließung oder zum Verkauf. Praktika und Max Bar sind gerade nicht so die beliebtesten oder erfolgreichsten Baumarktunternehmen. Auf den höheren Rängen hängen ja eher Hagebaumarkt, Obi und natürlich auch kleinere Regionale. Ich glaube, Hellwig ist nicht regional, aber halt eher bekanntere wie Hellwig zum Beispiel stehen besser da. Was denkt ihr? Hat man übertrieben mit 20 Prozent auf alles, allein bei Praktika? Aber das habe ich glaube ich schon vor zwei Wochen gefragt bei der JUTV News. Da könnt ihr euch das von vor 14 Tagen nochmal angucken, falls es da eine Ausgabe gab. Gab so wahrscheinlich. Eure Meinung in die Kommentare. Jetzt kommt ein interessantes Medienthema, wo ich natürlich auch gerne sage, naja, es ist passiert und man sollte das eigentlich auch vielleicht denken, warum das macht. Es geht nämlich um den Axel Springer Verlag. Das sind unter anderem wie die Bild-Zeitung, die Welt unter anderem untergebracht. Und nun hat gestern die Axel Springer AG bekannt gegeben, sich von diversen Regionalzeitungen, wie die Berliner Morgenpost und das Hamburger Abendblatt, mit dem der Namensgeber dieses Verlags, Axel Springer, vor über 60 Jahren angefangen hat. Und das alles wird nun an die Funke Mediengruppe verkauft. Die Funke Mediengruppe hat ihren Sitz in Essen, besitzt unter anderem dort die ganzen, die ehemaligen, es hieß ja nicht ehemalig, es hieß ehemals Watz Mediengruppe, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Vor wenigen Wochen wurde ja erst auch die Westfälische Rundschau, glaube ich, dicht gemacht. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Ich habe mir gestern darüber noch einen Artikel angeguckt. Und nun werden unter anderem Regionalzeitungen, Programmzeitungen, Regionalzeitungen, wie schon gesagt, Berliner Morgenpost, Hamburger Abendblatt, Programmzeitungen wie Bildwoche, TV Digital und Frauenzeitschriften wie Bild der Frau und so weiter. Man kann sich jetzt natürlich auch denken, warum macht Springer das überhaupt? Ganz einfach, man will in die Zukunft. Es sind halt Zeitschriften und Zeitungen, die eher so das 20. Jahrhundert geprägt haben. Sprich, als das Internet noch in den Kinderschuhen war, sprich, als das Internet damals wirklich noch zur Spionage galt. Heute ist es jetzt anders. Heute will man ja eher mehr im Internet arbeiten. Alleine bei Bild hat man ja bemerkt, es gibt Bild Plus, wo man für einen Monat 99 Cent zahlt, für den Rest, glaube ich, knappe 3-4 Euro, um natürlich irgendwelche Artikel zu lesen, die man wahrscheinlich nicht lesen will. Vielleicht doch, aber dann sich er dann doch lieber die Zeitung kauft, anstatt dann irgendwie ein Abonnement abzuschließen, wo man dann sagen kann, ja, ich lese sowieso nur, würde nur sowieso den einen Artikel lesen, dann will ich sowieso das Abonnement nicht mehr haben. Deswegen geht der Axel Springer jetzt in Richtung digitale Medien, sprich halt auch zum Beispiel in Zeitungen über Tablets und so weiter, weil halt die Zahlen bei den Zeitungsverkäufen, sprich ganz normal, ihr geht in den Kiosk oder in die Tanke, kauft euch eine Zeitung, das funktioniert halt nicht mehr. Deswegen hat Axel Springer nun den Teil verkauft, soll zum 1. Januar 2014 gelten, an die Funke Mediengruppe, die unter anderem auch mit ungefähr 25% an dem Regionalsender in Nordrhein-Westfalen NRW-TV beteiligt ist, wo ja damals, als es noch Watz Mediengruppe hieß, sich vor drei Jahren zurückgezogen hat und den Anteil zurückgeschraubt hat, das war früher mehr. Seitdem taumelt dieses Regionalsender Regionalprogramm ein bisschen vor sich hin, vor Fremdproduktionen, nicht mehr Eigenproduktionen, die Eigenproduktionen wurden stark eingeschränkt, Teletext gibt es nicht mehr, bei der Homepage wurde einiges, sagen wir mal, langweilig hingestellt, nämlich die News sind weg, das Forum ist weg und alles mögliche. NRW-TV galt ja als Ingles der Regionalableger damals von GIGA, so ähnlich, wenn ihr auch was Falsches sagt, denn dort lief ja damals die Sendung Kai 3, da wurde die Sendung aufgesplittet, aber das ist dann ein anderes Thema. Der Kaufpreis für die ganzen Regionalzeitungen und alles beträgt 920 Millionen Euro und wie es dann nun weitergehen wird, ob dadurch natürlich auch jetzt Arbeitsplätze gefährdet sind, das kann man sich wohl denken, denn unter anderem ist Axel Springer eher für die Marke Bild bekannt und die Funke halt eher nicht, eher für die Westfälische Nachrichten, da habe ich jetzt glaube ich Fehler gemacht, Westfälische Nachrichten ist nämlich hier, Westfälische Rundschau war das sogar, die ja eingestellt wurde und hat auch eigene Frauenzeitschriften, deswegen werden wohl einige zusammengeschlossen und es werden Arbeitsplätze abgebaut, aber einige Magazine wie zum Beispiel, glaube ich, die TV Digital, die ja in verschiedenen Varianten gibt, sei es für Sky, sei es für Kabel Deutschland, für Telekom Entertain oder halt natürlich für Unity Media, die wird es wohl wahrscheinlich auch weiterhin geben, da werden wir bestimmt auch noch eins oder anderes noch darüber hören. Auf DWGL.de, da möchte ich gerne darauf hinweisen, mal gucken, ob ich den Artikel auch finde, weiß ich gerne darauf hin, vielleicht werden es ja die Leute von DWGL vielleicht sogar als Lob sehen, gibt es einen Artikel, wo es steht 5 Gründe, warum dieser Verkauf stattgefunden hat und was für Konsequenzen entstehen könnten oder auch nicht, das zum Beispiel ist auch eine tolle Sache. Viertes Thema und somit vorletztes Thema bzw. letztes Thema in diesem kleinen Format, es geht um E-Plus. Ich bin Kunde bei E-Plus, besser gesagt bei der kleinen Tochterunternehmen Base. Ich wusste selbst nicht, dass E-Plus zu einem holländischen Unternehmen gehörte, denn es gehörte zu KPN. KPN hat sich mit Telefonica, das ist ein Telekommunikationsunternehmen in Spanien mit einem Sitz in Deutschland, gehört unter anderem zu Telefonica, gehört unter anderem O2. Die haben nämlich O2 gekauft für einen sagen und schreibenden Preis von 5 Milliarden Euro, nicht so wie halt bei der Funke-Gruppe oder Axel Springer mit ein paar Magazinen, 920 Millionen, aber das ist ja auch ein anderes Thema. Und natürlich will unter anderem, dass man das auch so machen, dass 17,6% der Aktien auch noch bei KPN bleiben, sprich aber der Rest kommt zu Telefonica. Was dann natürlich noch genau passieren wird, werden wir nicht wissen, denn die Kartellämter müssen noch zustimmen und mit der Fusion von O2 in Deutschland, selbstverständlich in Deutschland von O2 und E-Plus, könnte man die Telekom von dem ersten Platz abdrängen. Es gibt derweil vier Mobilfunkanbieter mit eigenen Netzen, es ist auch Platz 1 die Telekom, Platz 2 Vodafone, Platz 3 glaube ich E-Plus und Platz 4 O2. Schließen sich Platz 3 und Platz 4 zusammen, sind es nur noch 3, aber man kann sich dann natürlich auch denken, dass dann irgendwann die Telekom auf Platz 2 ist. Könnt ihr euch das vorstellen und seid ihr selbst Kunde bei O2, sei es mit Mobilfunkverträgen, ich glaube auch, die bieten auch gute Festnetz-DSL-Leitungen an. Wenn ihr zufrieden seid mit dem Kundenservice bei O2 und generell auch bei E-Plus, schreibt es in die Kommentare, das würde mich gerne interessieren, denn ich selbst bin Kunde bei E-Plus, bei Base und ich bin zufrieden mit dem Service, aber nicht mit dem Netz, das ist das Problem. Aber das ist ein anderes Thema, worüber man reden kann. Ja, und jetzt kommen wir zu einer kleinen interneren Sache. Ihr habt bemerkt, DERCHU TV die Woche heißt das, das Design hat sich auch nochmal ein bisschen verändert. Sagen wir mal, die Kulisse hat sich auch ein bisschen verändert. Ich habe noch vor vier Tagen von der Position dort gesendet. Kann ich jetzt schlechthin zeigen, weil er ja mein Bett ist und da wo jetzt mein Bett ist, war früher, da wo jetzt mein Bett ist, habe ich noch vor vier Tagen gesendet, beziehungsweise vor einer Woche kamen von dort aus noch die letzten News. Es gibt einen großen Relaunch, denn ich hätte noch die Chance gehabt, wieder auf Live-Sendungen zu gehen. Ja, die große Chance besteht, wie ihr natürlich vielleicht wisst, wenn ihr mich noch kennt, noch vor einem halben Jahr gab es noch Wadi TV, ein, sagen wir mal, ein mittelmäßiger Web-TV-Sender mit einzelnen Sendungen, selbstverständlich auch mit Let's Plays wie Live und mit Minecraft, Live sogar auch noch und das Konzept hat sich gut gehalten. Problem war halt nur, ich habe illegal, also ein bisschen Ärger gekriegt mit der Landesmedienanstalt. Ich will auch sagen, das haben die auch gut gemacht und durfte deswegen keine Live-Sendungen mehr starten. Deswegen seit April natürlich dann auch den Übergang kurzfristig, wenn ihr eigenen Videos noch seht, Wadi News zum Beispiel ist das Ganze noch und dann jetzt der Übergang zu Derchio TV, quasi zurück zu den Wurzeln und ich habe die Chance natürlich wieder zu senden. Problem ist halt natürlich, ohne Sendelizenz ist das nicht möglich. Ich kann da eine Alternative haben, nämlich, sprich, ja, ich muss nur mindestens, es dürfen mindestens maximale 500 Zuschauer zuschauen, zuschauen, zusehen, dann dürfte ich ohne Sendelizenz weiter senden. Problem ist halt, es ist schwer so ein Portal zu finden. Wenn ihr vielleicht ein Portal kennt, wo man das machen kann, schön, könnt mir den Link schicken. Ich gucke es mir an, aber vorerst bleibt das Ganze hier alles auf YouTube, denn ich merke auch, mit Live-Sendungen kann man viel bieten, kann man viel Interaktion machen, aber das kann man auch so machen, indem ihr einfach auch ein bisschen mitmacht, ein bisschen eure Meinung zu den jeweiligen Themen schreibt und alles Mögliche. Deswegen habe ich dann auch gesagt, dann gilt ab August eine neue Struktur der Videos. DerchioTV, die Show heißt jetzt einfach nur noch stumpf DerchioTV, DerchioTV News heißt jetzt DerchioTV die Woche. DerchioTV-Thema ist so geblieben, wird es jetzt aber auch öfters mal geben, demnächst, sprich im August vielleicht sogar und aus DerchioTV Spezial, was bis jetzt noch gar nicht zum Einsatz kam, wird DerchioTV extra. Deswegen gibt es weiterhin so diese kleinen Videos, diese kleinen Formate in Anführungsstrichen. Let's Plays bleiben auch erhalten, Samstags Minecraft, Sonntags Live. Und mir kam auch natürlich die Überlegung, das habe ich auch letzte Woche, Freitag schon gesagt, dass ich vielleicht jeden Tag ein Video mache. Problem ist halt, die News verändern sich jeden Tag, beziehungsweise nicht nur jeden Tag, sondern jede Minute. Und es wäre dann besser, quasi so einen Live-Sender zu senden, anstatt natürlich halt jeden Tag irgendwie eine News zu bringen, obwohl dann in der Zeit, wo ich die News hochlade, es derweil ein anderes großes Thema gibt. Und dann müsste ich quasi stündlich ein Video machen und das würde erstens, glaube ich, meinen Laptop ein bisschen überlasten und zweitens wäre das für mich auch nur zu harte Arbeit, daher, dass ich noch nebenbei noch auf Teilzeit arbeiten gehe und dreimal in der Woche halt eher wenig Zeit habe für Videos. Deswegen montags, freitags und am Wochenende gibt es halt dann diese Videos. Freitags, wie schon gesagt, DerchioTV die Woche, am Wochenende Let's Plays und am Montag dann DerchioTV, die Sendung nenne ich sie jetzt mal einfach. DerchioTV wird sie weiterhin so heißen. So, man sieht Gott sei Dank meine Schweißperlen nicht, aber ihr seht, es ist ein bisschen größer geworden. Man könnte zum Beispiel jetzt auch ein bisschen über die Couch senden und so weiter. Ist alles noch ausbaufähig, aber das wird sich noch in geraumer Zukunft sich noch zeigen. Das war es von der ersten Ausgabe von DerchioTV die Woche. Alle News selbstverständlich mit inklusive dem Link von dwdl.de, den ich noch schnell rausgesucht habe oder nicht, findet ihr unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise wenn ihr auf DerchioTV guckt, über dem Video oder unter dem Video. Entschuldigung, je nachdem wie ich das mache. Sonst sehen wir uns dann am Montag wieder zu DerchioTV und auch wenn ich jetzt hier so ein bisschen lustlos und so weiter sitze, ist es auch nicht schlimm. Aber derweil habe ich ja auch, wie ihr es bemerkt habt, am Anfang so ein kleiner Dingens gehabt, so eine Intro Musik, das ist jetzt quasi zukünftig das, was ihr hier erwarten könnt. Intros werden noch folgen, ich habe mir derweil CS2 runtergeladen von Adobe, gibt es umsonst bei Chip, ist kein Scherz. Ja und wünsche euch trotzdem dann noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann am Montag oder nächste Woche wieder. Wünsche euch dann noch was und ja, man sieht sich. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020